So, willkommen zurück. Ich hoffe, dass wir diesen Krieg heute gewinnen. Wir haben gerade keine Fahrzeuge mehr. Wir müssen uns nur auf unsere Geschütztürme hier verlassen, was natürlich sehr, sehr blöd ist, weil, ja, ist halt nicht gut. Könnte sehr knapp werden, aber ich glaube, wir schaffen die zwei noch. Und dann, wir müssen hier dieses blöde, orangene Volk, die müssen wir einfach umbringen. Schaffen wir das? Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, Wichter wird angegriffen, das ist mir hier hinten so egal, weil hier läuft es einfach wirklich gut, eigentlich. Das Geschütz ist zwar fast down, dann gibt es halt bald Neues. Von wo wird denn hier geschossen? Von hier hinten, oder was? Wir müssen hier auf jeden Fall noch solche Gewürzdinger bekommen, damit wir ein bisschen schneller an Geld kommen. So, Geschütze heilen sich auch langsam. So, ihr drei. Ihr geht jetzt mal nur auf Gewürzjagd. Wird schon vom Blau angegriffen. Was sind eigentlich mit den Viechern? Was ist denn, wenn ich solche Viecher angreife? Oder sowas hier. Passiert irgendwas? Irgendwas interessantes? Hier gibt es nichts für die orangene Nation, das gehört mir. So, es können auch immer bloß zwei an so einem Gewürzding fahren. Ist okay. Dann haben wir zwei hier auf Reserve. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist, ist das ein anderes Gelb als, ja, ist ein anderes Gelb als meins. Meinetwegen. Wer bist du? Werden wir wohl auch mal angreifen müssen. Irgendwann. Ähm, Bauern kaufen Wasserfahrzeuge. Ja, gerade nicht. Erstmal wichtigere Sachen machen hier. Zum Beispiel nach und nach solche Leute hier loswerden. Wir werden nämlich hier gleich vermutlich damit angegriffen. Oder? Oder? Oder auch nicht. Blau Nation hat die Stadt erobert. Okay. Ich wäre halt hier auf dieser mittleren Insel sehr gerne schon mal, äh, soweit sicher. Ist aber nicht so einfach. So, wenn ich jetzt hier angreife, diesen Gewürzgeysir. Eine deiner Städte wird angegriffen. Ja, komm, ist mir egal. Das Ding brauche ich. Und dann müssen wir das hier irgendwie auch noch hinkriegen. Alter, die haben so... Ja, wir haben ja teilweise schon Flugzeuge. Gut, dann... Holen wir uns eben doch noch ein paar Schiffe. Drei Stück. Wir sollten erstmal reichen. Ähm... Ja, die blauen da oben will ich eigentlich gar nicht angreifen. Aber mit den Schiffen... Gar nicht mit Sicherheit... Hier angreifen. Oder? Ich... Ich gehe zumindest davon aus. So, das hier sollte auch bald uns gehören. Und danach schicke ich alle militärischen Einheiten... Ach, wo wurden jetzt angegriffen? Hier oder was? Von den Roten. Gut, dann vernichten wir die Roten einfach. Wobei die schon... Echt gut vertreten sind hier. Aber ganz offensichtlich... Die greifen ja nicht mal richtig an. Die haben ja kurz... Achso, hier oben. Ein Einzelner. Kriegen wir hin. Okay, das Gewürzding haben wir hier besetzt. Unsere Schiffe brauchen noch ein bisschen. Wir müssten halt... Geschützturm nach Geschützturm... hier einfach... wegbekommen. Aus sicherer Entfernung. Ob das reicht? Hoffen wir mal. Jetzt kommt nämlich eine fette Rakete. Geschütztürme sind weg. Könnte... Könnte klappen. Ein Gebäude ist schon zur Verfügung. Fallen. So, kommen wir mal hier mit ran. Alter. Hau da ab. Geh weg. Ich könnte drei weitere Panzer herstellen. Was ich natürlich auch direkt mache. Und hier auch mit angreifen. Klappt das? Klappt das? Ich hoffe doch. So, das Gebäude ist weg. Kriegen wir das hin? Weil mit denen sind wir hier schon... wirklich, wirklich hart im Krieg. Die können uns halt... überhaupt nicht leiden. So, die Geschütztürme sind ja beide kaputt. Ja doch, ich glaube, hier kriegen wir das hin. Holla, die Waldfee. Ja, jetzt bloß noch hier... äh, das Drahthaus. Dann haben wir das schon. Sollte... machbar sein. Jawohl. Haben wir... übernommen. Ist jetzt gelb. Schön. Wieder eine Stadt. Haben wir schon drei. Ist zwar immer noch nicht genug, aber... es ist... äh, besser als nix. Mhm. War auch eine militärische Stadt. Sie bleibt... eine militärische Stadt. Natürlich. Was auch sonst. So, schau mal. Hier. Hier hinten ist... auch rot. Rot ist halt wirklich groß. Das wird noch interessant. So, hier könnte ich noch mal Boote machen. Drei Stück. Haben wir hier eine schöne... eine schöne Boots... äh, Flotte. Richter wurde erobert. Ähm... Nicht cool, ne? Gar nicht cool. Was hier ist... Gelb mit Gelb... habe ich momentan... eher wenig Stress. Momentan ist halt rot... hier wirklich... Ja, ist mir ein bisschen Dorn im Auge. Aber wir werden das hinbekommen. Wir können doch hier nicht einfach... mein Zeug angreifen. wenn wir uns mit dem blauen Verbünden... wäre doch eigentlich praktisch. Also, wir werden hier gerade angegriffen. Okay, ich würde gerne... Retalia. Ja, habe ich gerade nicht. Wir müssen warten. Also, wir müssen sowas dann immer bezahlen. Ist interessant zu wissen. Werden wir irgendwie irgendwann hinbekommen. Hoffe ich. Kriege ich den hier kaputt? Oh, sind... Na toll, jetzt sind es auch noch zwei. Ich hoffe mal, wir kriegen die... die nach und nach zerstört. Wenn wir bis hierhin kommen... haben wir auch Flugzeuge. Das ist... tatsächlich gerade... so ein bisschen mein primäres Ziel. Da hätte ich Bock drauf. Och, jetzt kommt... da kommt ein Flugzeug nach dem anderen. Ich brauche Kohle, damit ich... hier mit dem handeln kann. Und ich will hier meine Stadt zurück. Das geht so nicht. So, erstmal auf den Geschützturm. Easy. Dann auf den Geschützturm. Und dann auf die Stadt. Es war einst eine religiöse Stadt. Ist es aber jetzt nicht mehr. Alter, wie das hier blitzt. Das ist ein richtiger Kriech. Schaff mal, oder? Schaff mal. Hier hinten schaut halt nicht so cool aus. Okay. Vielleicht... verlieren wir auch. Die Roten sind halt schon... ziemlich... ziemlich krass unterwegs. Also inzwischen brauche ich auch ordentliche Streitmächte. Ganze Flotten. Ja gut. Komm, brauchst du mir nicht mehr zeigen. Kennen wir inzwischen schon. Wir können da eine Hilfe gebrauchen. Können du blauen Nationen Krieg erkla... Ja gut, die gelben werden dann erstmal auf unserer Seite. Ich würde ein bisschen was verdienen. Wir haben jetzt also Krieg mit der blauen Nation. Wir fangen von hier aus an... von Wasser... nach und nach alles anzugreifen. Die Roten greifen inzwischen schon unsere Hauptstadt an. Finde ich... äh... tatsächlich ein bisschen dreist. Schau mal. Ich würde... gerade die Hauptstadt... die muss schon ordentlich ausgerüstet sein. Für den Anfang. Sollte das hier doch reichen, oder? Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich verteidige die generell mal ein bisschen besser. Alle Geschütze rein. So, die haben wir besiegt. Für ein Geschütz reicht es wieder. Hier hinten kommen dann noch zwei beim nächsten Mal. Ja, Wichter wird angegriffen. Von... nichts anderem als... dem blauen. Was war denn das gerade? Voll seltsam. So, Stadtplaner. Ähm... Hier durch kriege ich... Einkommen. Hm... Schau mal. Dann brauche ich erst wieder Kohle. Nach und nach... Werden wir das alles hinkriegen. So, wird hier schon ordentlich angegriffen? Eine deiner Städte. Wo werde ich denn jetzt angegriffen? Unsere Gewürze werden natürlich... nach und nach immer wieder mal erobert. Ist nicht so cool. Aber das hier läuft tatsächlich eigentlich ganz gut. Die blauen haben, wie ich sehe, auch nur... zwei... äh... zwei Städte. Das heißt, die nächsten Schiffe schicke ich eigentlich... direkt hier hin. Und dann haben die sowieso bald verloren. Sollte funktionieren. Okay, wir werden vermutlich gleich zurück angegriffen. Der ist gleich weg. Der ist doch gleich weg. So. Jetzt hier weiter. Dann brauchen wir bald wieder Schiffe. Ich meine, zwei können wir machen. Aber vorher müssen wir hier diese Stadt mal ein bisschen... sichern und zum Laufen bekommen. Voraus jetzt... Wir kriegen die sicher und zum Laufen. Ne? Das wäre auf jeden Fall schön. Wobei die Geschütze schon echt gut Schaden machen. So, wie schaut es hier aus? Äh, dauert noch ein bisschen. Hallo, macht hier gleich weiter. Die blaue Stadt ist halt schon ziemlich krass. Alter, 3200 pro Minute. Die können sich halt richtig gut aufrüsten. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. So, fahrt mal zwischendurch hier hin. Ah, wobei? Ne. Macht da nicht. Das... Ah, okay. Man kann hier also einfach durch. Gut. In der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir, dass wir die blauen mal restlos besiegen. Bis dahin... Ja, ne? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Macht's gut und einen schönen Tag euch. Ciao.